Ja, die Frage war, welchen Nachteil hat es die eigene Stiftung oder die Unterstützungsgasse in der Stiftung zu betreiben? Klar, Sie können das schon machen, Sie können es als GmbH die Unterstützungsgasse einrichten, als eingetragener Verein, wie man es fast alle oder überwiegend macht, oder auch als Stiftung. Für mich sind da mehrere Nachteile erkennbar, warum ich das persönlich nie machen würde. Zum einen einmal die eigene Stiftung, da muss ein Unternehmen schon sehr, sehr groß sein und ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt heute, wir haben Unternehmen gehabt, auch mit vierstelliger Mitarbeiterzahl, die keine eigene Unterstützungsgasse wollten, sondern eine Gruppenunterstützungsgasse. Die partielle Steuerpflicht, da sagen wir Nachmittag noch etwas dazu, die partielle Steuerpflicht, die kann ja eine Gruppenkasse nie früher einsetzen, als in einer Einzelunterstützungsgasse, egal welche Rechtsform das Ganze ist oder das Ganze hat. Es kann immer nur später kommen und das ist ein deutlicher Vorteil, weil die Gruppenunterstützungsgasse einfach immer wächst und die vorhanden eigentlich vom Wachstum und von der Entwicklung mit partizipieren. Ein weiterer Grund ist für mich, das ganze eigene Kasse hat immer einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Wir sagen so, ab 200 Mitarbeitern ist der Verwaltungsaufwand gleich, ob in der Einzelkasse oder in der Gruppenkasse. Wir empfehlen aber deshalb noch lange keine Gruppen, keine Einzelkasse, sondern bleiben im Wesentlichen in der Einzelunterstützungsgasse, Entschuldigung, bleiben natürlich in der Gruppenunterstützungsgasse. Einzelunterstützungsgasse, die nehmen wir dann, wenn irgendwelche Spezialitäten sind, zum Beispiel Immobilien rein verkauft werden in die Unterstützungskasse, verwaltet man zum Beispiel einen Konzern, der das so macht oder ähnliche Dinge, die man vielleicht in der Gruppenunterstützungsgasse nicht machen will. Also der Verwaltungsaufwand ist mit Sicherheit das eine, das andere ist eine Stiftung als solches. Also ein Verein bei Überdotierung drehe ich Gelder aus meiner Sicht deutlich leichter raus mit anderen Möglichkeiten als Zuwendungen, die ich an der Stiftung leiste. Ich bin aus meiner Sicht flexibler, ich habe zumindest theoretisch mehr, die sich mit der Thematikverein als mit der Thematik Stiftung auseinandersetzen. Ich bin weniger abhängig. Das Ganze dürfte, ja, es ist einfach das Bewährte und Langjährige, wie man es macht und es ist einfach ein Thema der Erfahrung von den Beratern, die im Bereich im Unterstützungsgasse als eingetragener Verein tätig sind oder als Stiftung. Genauso die GmbH, die nutzt man nur sehr selten, weil es einfach wenig sind, macht in eine Einrichtung, die überhaupt kein Geld, keine Liquidität braucht, 25.000 Euro Kapital einzuzahlen, wenn es keiner braucht. Von daher ist der Verein schon das Bewährte. In der Regel als Gruppenunterstützungsgasse, seltener als Einzelunterstützungsgasse. Wie gesagt, alles möglich und denkbar und deshalb hat der Kunde dann entscheiden, wie und was er gerne haben möchte.